Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX am heutigen Montag, dem 28. November 2022. Wechseln wir einmal kurz in den heutigen DAX-Tagesschart, um einmal kurz zusammenzufassen, wie ist der Leitindex heute aus dem Handel gegangen. Wir sehen es hier, eine rote Kerze wurde hinterlassen, sprich Kursverluste sind zustande gekommen und zwar in Höhe von 1,09% oder umgerechnet 158 Punkte. Der DAX erschloss bei 14.383 Punkten und hat sich damit, nachdem wir ja bereits am vergangenen Freitag den wichtigen Kurswiderstand von rund 14.600 Punkten etwa ausgetestet hatten, zu einer ersten Konsolidierung nun hart hinreißen lassen. Damit zeigt sich eben auch die wichtige Wirkungskraft des präzise genannten Kurswiderstands, zusammengesetzt eben aus dem mittleren Bollinger Band und dem 62er Fibonacci Retracement, ist diese Marke eben vorerst wirklich ein Brett, muss man sagen. Aber natürlich mit Blick auf den Monatschart, der Monat November ist und bleibt ein sehr starker Monat, trotzdem könnte der Dezember kurzfristig gesehen eher zu Abgabedruck tendieren. Spannende Ausgangslage auch bei der Aktie von Hannover Rück. Wir blicken an dieser Stelle mal auf den Wochenchart und wir sehen eben auch, dass die Aktie jetzt vor einem sehr wichtigen Kurswiderstand steht, gleichzeitig auch deutlich überkauft ist und damit eben auch ein mögliches Korrektur-Szenario hier einmal greifen könnte. Das hätte eben zur Folge, dass wir hier kurzfristige Konsolidierungen im Bereich von bis zu 165 Euro sind, also vielleicht auch eben eine neue Trading-Idee wert in dieser Woche. Schauen Sie deshalb auch hier wiederum vorbei und sollten Sie meine letzte Trading-Idee verpasst haben, auch unbedingt nochmals reinschauen. Ich stelle Sie Ihnen auch heute nochmals in den Begleittext mit rein, nämlich meine Dow Jones Short Trading-Idee. In diesem Sinne, morgen früh geht es weiter, selbstverständlich mit dem Blick auf die amerikanische Wall Street, also schalten Sie wieder ein. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.